Hallo Freunde, zurück zu dem Spiel, was ihr auch im Titel lesen könnt, bei 75,5% und natürlich jetzt ist Lego Star Wars die komplette Saga für den PC. Und wir wollen natürlich erstmal die Extras alle einstellen. Oh, das war nicht ganz richtig. Natürlich will ich die Silhouetten, Silhouetten, wie auch immer, wie sie Umrisse aushaben, weil das ist langweilig. Weil da sieht mich irgendwie jeder gleich aus. Bam, zerfetzt. Ach ja, ich erinnere mich. Gut. Egal. Boah. Äh, wir beginnen das Fallspiel mit... ...Ihm. Boah, Himmel, boah, leck, erstmal ruhig, beruhig dich. Moment. So, vielen Dank. Bombs. Dann haben wir das. Nach hier hinten, hier ist nichts. Jaum. Dann hier hoch und jaum. Wie. Jaum. Und das war's. Plus. So, als nächstes. Nehmen wir Supergong und jagen uns hoch. Dann nehmen wir wieder ihn und springen hier hoch. So, das war's, glaube ich, auch schon. Und ansonsten... ...machen wir hier Selbstzerstörung. ...bitte einmal. So. Auch cool, dass er, äh, vier rote jetzt hat. Das ist nicht awesome. Bombs. So, und das war's eigentlich auch schon wieder hier. Ich glaube... ...ist hier oben noch was. Kommt man da irgendwo hin? Nein. Gut, dann ist da nix. Ich muss ja da auch viel schneller bauen können. Yay. Viel zu viel. Yay. Yay. Wunderbar. Bleiben wir mal stehen ein bisschen. Ups. Entschuldigung. Und du bitte auch. Öffne dich. Ah. So. Sehr entspannend. Moin, Spinne. Kann ich auf dir reiten? Nee, kann ich nicht. Gut, dann nicht. Ah. Bin ich eigentlich untötebel? Ich weiß es gar nicht. Yeah. Ja. Dem, 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 dem. Oh, nee. Äh. Ihh. Ihh. Hm. Keine Ahnung. Yeah. So viel Geld. Viel zu viel. Definitiv. Nein. Nein. Äh, man. Hey. Hm. Hey, lass mal. Ja, ich bin, glaube ich, unzerstörbar. Unumbringlich. Oder so. Geld. Äh. Den Helikopter nach unten. Du, du, du. So. So. Ah, nee, hier, IG 88, scheiße, glaube ich, ja. Ich bin so gut. Kennen den Namen des Behinderten. Bombs. Na, was ist hier? Scheiße. War ich? Äh, wollte ich nicht. Ah, hey. Zack. Was ist denn das? Ach, so ein Loch. Das ist ja cool. Hm. So. Das hat... Ah, ja, gut. Drei fehlen noch, dass, äh... Du, 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 du. Ha, ihr seid so schlecht. So. Und hier... Benötige ich... Zum einen ihn. Oder sie. Das ist ja eine Frau, stimmt. Oh. La, 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 la. Und sonst ist hier, glaube ich, gar nichts, wenn ich das... Wenn ich mich recht entsinne. Nö. Hm. 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 Oh. La, 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 la. Na ja. Wuihui. Yay. Bitch. Hm-hm. Los, Gong. Zoom. Tja. Woooom. Hmm. So, und hier drüben. Perfekt, dann weitergehen. Moment. So. Roms. So. 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 So, keine Ahnung, ob hier irgendwas passiert. Anscheinend nicht. Schalalalala. So, öffne dich, Sesam. Das war falsch rum, aber egal. Weizen öffne dich. Hearthcore. So. Wieder schöne Metal-Remix. Ihr Loser. Falsch. So. Erfina. Xiap. onents. Erfina. Erfina. iptjan. Z Jobt. Standort. Eddy. Für. Das war's. Eck. ieve.